Tag meine Damen und Herren und willkommen beim neuen Let's Play namens Q-World ich habe dieses Spiel von Wally gekriegt nachdem ich ihn mehrmals angebildet habe um genau zu sein aber ich glaube nicht dass sich das interessiert euch interessiert eher was ich hier in dieser schönen Stadt oder eher oder Ort oder Dorf und zwar eigentlich wollte ich mit euch schon von Anfang an als ich auf Create World geklickt habe aufnehmen aber und da haben wir ein paar Fischer den Staat versämmelt und darum habe ich mich hier in dieser Terrasil City oder Terrasil verkrochen und hoffe dass jetzt ein besserer Start im Trade District gemacht werden kann nachdem ich hier 20 Menschen nach wie wir die Sachen gefragt haben ich liebe dieses Geräusch aber euch interessiert eher ja was ich schon bereits gesagt habe ich bin Level 1 Ranger Hals Frogman der Seed ist wenn man meine mit der Name mein Name wenn man ihnen Zahlen die Schild die hat in Zahlen Handelt also wenn man vom Alphabet er die Zahlen nimmt und die Spiel habe ich gerade eben auch schon ein Gespräch ist erst seit heute gehen irgendwas ich glaube 27 keine Ahnung jedenfalls heute ähm angespielt da habe ich mit einem Level 2 ähm ich glaube Level 2 Mage auf Undead glaube ich oder 11 also es gibt hier mehrere Rassen also so wie ich hier bin Frogman es gibt Undead dann gibt es noch Dutzende andere und und auch wer das verdammt und auch ab und dann gibt es noch Menschen Elfen gibt es auch noch ähm Orks Zwerge ähm dann noch andere kleine Kreaturen dessen Namen ich nicht weiß und vieles vieles mehr also na gut eigentlich das war's dann als Klassen sprich was man machen kann gibt es gibt es einmal was ist das laut ähm ich hoffe ich höre nicht ich drehe mal bei mir leiser so ähm und dann gibt es noch Ranger das bin ich der will als Ranger dann gibt es noch Warrior also Krieger der hat eine große Keule oder ein Schwert am Anfang um um dann gibt es noch um Mädchen so wie ich schon vorhin erzählt habe zweitmal ähm dann gibt es noch den die das Name ich auch englisch weiß mit was es ihnen gibt um und und das war es eigentlich auch ist zwar nichts Atemberaubendes von den Klassen her aber immerhin etwa ne ne ähm ich möchte noch kurz aus die 47 der mitsch das ist schon eine Menge in 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 es ist schön dann würde ich mal sagen die riesige wirklich riesige Karte an das alles zufalls generiert auch das richtig epic ähm dann lass würde ich sagen wenn wir erstmal hier hingehen und gucken was uns dort erwartet hier einfach nach da gehen und ein paar pineapples mitnehmen ähm mit E nimmt man auf also ich spam hier jetzt die E-Taste damit ich dieses Feld leerräumen kann das ist auch theoretisch eine Menge Profit bringen könnte wenn man es an einem Laden verkauft so ein Silber ein Kupfer gibt es dafür hier und hier findet man so ungefähr um die 50 Stück man kann auch maximal 50 von einem Item haben ich hab gerade 46 aber ich verkaufs nicht sondern benutze es um hier Pineapple Slice auch Pineapple Slice zum Beispiel zu machen und die bringen hier halt mehr als wenn ich 1000 Silber habe also es gibt hier verschiedene Währungen Gold Silber und Kupfer ähm und Kupfer ist halt das niedrigste und Gold halt das größte so wie man es halt kennt ne und dann gibt es auch noch die Jahrhundert Jahrhundert auch nicht mit und Dutzende von verschiedenen Kreaturen die auf verschiedenen Leveln sind das hat ja auch gerade in an diesen weitern gesehen die haben aber das bedeutet dass sie sehr weit über mir stehen vom Level her das sind auch ein paar mit F mache ich eine Lampe die kostet mich nichts ich habe eine Lampe wenn ich einfach F drücke und hier sind recht viele starke Kreaturen ich hoffe dass ich nicht in einem roten Gebiet hier bin weil die 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 Umgebung von Kupfer ist in drei verschiedenen Gebieten unterteilt blau das bedeutet dass sie unter meinem Level sind sprich wenn ich jetzt hier ein Level 5 fährt dann wäre diese Katze bestimmt ein Level blauer da ich jetzt nur Level 1 bin muss ich mir ein hohes Level der der Kauf der 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 und das der die zum Beispiel in Skyrim da auch einfach nur drauf kommen und das haben wir da eben und kommen und und daran erkennt man auch das das die Alfa ist da das auch manchmal seine Tücken hat aber was ich auch gut finde ist wenn man Steuern gedrückt hält wie bei unserem Eldaria Let's Play glaube ich war es auch Steuerung kann man klettern genauso wie bei Smart Moving dem Bot für Minecraft und hier braucht man halt keine Modifikation sondern kann einfach drauf los kleiden und das macht eigentlich recht viel Spaß das ist jetzt hier noch mal ein abrufreiches ich glaube zwar nicht dass man das trinken kann aber ich glaube es eine Nation haben die noch nicht eingebaut und was ich hier mit dem das ist halt Soda Lenzweiler oder wie es auch gerade eben war Holz rauskommt und mit diesem Holz kann ich halt meine Waffen verbessern oder halt andere neue Waffen bauen und was ich meine mit Waffen verbessern ist halt da gibt es eine Verbesserung mit Werkbank oder einfach eine Werkbank wo man sich hinstellen kann und wenn man genug Ressourcen hat kann man die auch Bauern und die hier haben wir eine eine Reihe von Rüsen die die viele Sachen hat sagt er hat jemand Einer 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 ich suche nicht Lampen da ich selber einer sieh hier sieh auch da ich muss kurz was gucken gut ne wenn ich die wegschmeißen habe ich sie nicht weil ich dachte immer wenn man wenn man keine Lampe hat das kann ich auch nicht F drücken was ist da nur los F bedeutet halt Lampen aufnehmen muss ich sie erst zu weit hinzufügen aber dafür geht auch schön Licht habe ich auch mal so um 0 Uhr also Spielzeit oben rechts 0 Uhr er braucht benutzt und 0 Uhr ist es halt zack und duster hier ne da ist nicht nur nein ich dunkel so wie in Minecraft kann man noch 30 Kilometer weit gucken nein hier ist es man sieht nicht die geringste Bewegung vor Augen da wurde ich auch von so klein ich möchte gern Schildkröten oder so weil es auch nicht bunt oder einfach attackiert und habe ich halt nicht gesehen und was passierte da ich bin gestorben zwar ist das sterben hier kein wirkliches Problem da kommt man dann so einer Maja Figur sag ich jetzt mal oder eine einfach an einer Figur vorbei und damit hat sich's auch mit 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 V halt kann ich auch die die Lebensanzeige anschalten auch wenn ich nicht gerade in der unmittelbaren Umgebung bin und dieses Alpaka hat halt einen blauen Arm das bedeutet ich kann es es ist eigentlich recht einfach zu besiegen mit ein paar Schüssen schlägen kommt auch an was mit Klasse ist Zaubertricks und ich finde das Level System zwar ein wenig verwirrend am Anfang weil klar weiß ich das wenn es blau ist ist es einfach aber ich möchte auch gern wissen welches Level es hat es nützt mir nix wenn ich hier diese Skalbaus die einen roten Namen hat wenn ich nicht weiß welches Level sie sind damit ich sie in späteren Fall auch rechnen kann aber das ist halt wie gesagt pre-alpha und damit muss man halt rechnen dass das Spiel noch nicht komplett fertig ist aber ich finde das Spiel sieht jetzt schon für so einen frühen Status recht gut aus ok ok Fehler und was ich auch noch schön finde oder ja geil finde ist dass man ein Gleiter haben kann sprich wenn ich jetzt hier runter springen würde was mich K.O. hauen wird könnte ich mit Gleiter einfach so smooth hier runter leiden und finde ich auch gut die Videos von Wolle gesehen hat oder von Leuten die über das Spiel geredet haben und keine Sorge ich habe das mit Starbaut nicht vergessen es ist immer noch nicht raus was ich nicht blöd finde aber sie arbeiten halt in diesem Spiel ist es sehr komplex und es wird und es wird hat nicht so eine die Wolle sie rausgebracht hat sondern eine richtige Beta oder halt für die die es nicht vorgestellt haben eine richtige und und jetzt vorbestellen weil sonst habt ihr halt nichts davon wenn ihr es später vorgestellt wenn die Beta raus ist weil da hat man halt nicht die Beta kann man halt nicht den Beta teilnehmen was ich hier mache ist Tapp drücken damit ich schnell zu einem Heiltrank gehen kann um diese weil ich dachte dass diese Dwarfs hier feindlich gesinnt sind ah scheiß ich guck ich sehe nicht komisch aus du siehst komisch aus du kleiner fettnasiger grünhaariger Zwerg und hier könnten wir halt auch wenn ich er drücken nochmal ein paar Pineapple Slices machen da jetzt 48 47 46 45 und die machen halt zwar nicht so viel satt aber dafür machen sie halt satt ne hier können wir auch Ginseng Suppe machen dafür brauchen wir die Ginseng gut die man von der Ginseng Pflanze halt bekommen kann und hier kann man auch Live Potions machen und aus normalen Flaschen Wasserflaschen machen kann aber ich finde es halt blöd dass wenn man eine Live Potion getrunken hat dass man keine kein Glasflasche zurückbekommen weil dann könnte man könnte man es viel einfacher gestalten dann würde man es viel einfacher machen indem man einfach zehn Wasserflaschen kauft und dann hat man ungefähr zehn Live Potions für den Rest seines Lebens wenn man genug live Laos glaube ich heißen die eine Art Flauers Hartstern hat man genug fürs Leben und hier sieht man auch halt Dwarf die halten erstens zusammen und zweitens sind sie halt Verbündete mit uns aber Feinde gegen Feinde gegen die Gegner halt und was ich auch schön finde ist diese Seen wie man da hinten auf der Minimap sehen kann die sind eigentlich auch recht cool wenn man da drin schwimmt und ein ganz schön das finde ich auch das coole daran ähm und ah ja ich glaube es gibt ja vier vier Teile oder so vier verschiedene oder drei verschiedene Levels da vier ja orange sind aber hier wirklich es gibt es mich die Klinkoffenschule Armour das ist eine Formel die kann man dann so ich meine so entdecken oder erlernen und dann könnte man sich an an den Gerätschaften um zu kraften könnte man theoretisch dann so das das herstellen was wir bekommen haben ein Klinkoffenschule Armour plus 20 das bedeutet so Power 20 und Power ist halt das hier wenn ich mal zeigen kann wenn die Maus funktioniert und beim Männchen habe ich aber den Button vergessen womit man anzeigen kann wie viel Power man hat und hier sind wir jetzt und das ist ein Roter Lake und da haben wir in Spitter plus 4 ich hasse Spitter weil das sind so welche auf Mätschisch bloß für Wasser und hier müsste eine Höhle sein da bei einem Fledermaus ist die uns gerade verfolgt erinnert mich an erinnert mich an der Batman hat dein Freund gekült erinnert mich an Star Trek und genau zu sein Star Trek vor der Welt Star Trek die Next Generation nicht gesehen habe ich glaube ich langweilig 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 euch jetzt ein wenig mit denen Star Trek habe das müsste euch glaube ich nicht stören und jetzt können wir sehen wie der hier angemesselt wird ich kann ihm ja gerne helfen aber es wird um genau zu sein wen ich bringe da ich auch gleich gemesselt werde zwar könnte ich jetzt theoretisch ausweichen aber das bringt mir genauso wenig wie dem Typen vor mir da wir beide abgemesselt werden von einer Fledermaus so an die nicht das Blut aus dem Pico Bello aber genannt werden von einer Fledermaus ist nicht gerade schön hier sehen wir auch da noch mal ein Fledermauser die sind die sind aber auch der Wettbewerb trotzdem habe ich ich bin eben es ging sie aufzunehmen da sind wir gerade an einer Notting Special Statue angekommen und es bringt halt kein Nachteil wenn man krippiert und da ist ein Hornisse von der auch verpissen wir uns mal ganz schnell da die Hornissen schon recht stark sind wenn sie auch Level rot sind dann gucken wir uns mal um ich glaube in dem Land wo wir gerade sind gibt es nicht so viel zu entdecken darum verpiss ich mich jetzt nach Terraso City und das sind auch ein paar Luzardmans die die Spezies kann man auch ne 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 sauter denn ne 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 verurte und das und die und dort sehen wir das und wir haben ein eP ja hat so was dort Level dauert hier echt lange und die U-Kolle kann man meistens von den Kreaturen ein eP kriegt und nicht nur und schon ein wenig traurig nur und was sie auch noch verbessern könnten wer das machen nicht die ganze Zeit warten muss bis man fertig ist und das kommt ja korn kämpft doch gegen die anderen hierfür bringt es mir was auch schon eine Menge ist und wenn ich liegen jetzt hier wegnatze in nur zwei Schritten und den Lerner 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 und das dröhnt in den Augen hoffentlich hat jetzt kein Ohr Infarkt bekommen naja jetzt in der Schärme Leben haben und jetzt haben wir zwei Bill Paul können wir und entscheidend hier Stalter werden Da ist halt eine Hit-Serie, wenn meine Angriffgeschwindigkeit wird erhöht mit jedem Treffer, was auch schon eine Menge sein kann bei Bosskämpfen. Und unsere Attacken haben eine Chance, unseren nächsten Special-Attack mit voller Power rauszuhauen, aber das begeistert mich nicht so sehr und darum werde ich auch hier dranbleiben. Ähm, müssen wir uns nur entscheiden, hier, das ist eigentlich kein großer Unterschied, dann sollten wir ein Climbing-Skill und dann ein Kick-Skill und dann Learn-Klicken. Jetzt haben wir hier unten ein 1, ein Kick, können wir benutzen, immer um Leute, die mir zu nahe kommen, wegzuhauen und ist eigentlich recht praktisch, da, ja, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es müsste eigentlich recht praktisch sein. So, und, Klumpen, ich hab 1, 2 drückt, dann müssen wir wegfliegen. Verstehst du, das Kampfsystem nicht weiter? Musstest du eigentlich wissen? Komischer Code, eigentlich Crew. Nur auf Taraugrir, diese Versuche spiral Queen 9, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1h, 3. Die Beimes Official sein ok das müssen wir hier einmal machen das ist die Chance und auch nicht Rennen Rennen um dein Leben Tod und jetzt sind wir wieder an der fast gleichen Stelle wie vorher und dort sehen wir einen Fluss auf der Minimap da werde ich jetzt auch lang nicht lang warten sondern eher diesen Mode-Töten nicht auf Map gehen nein hau ab hau ab mit deiner scheiß Map na hin hau ab was war das denn für ein Scheiß so die letzte Ginseng-Suppe verschnappen wir und dann den letzten Mo töten hau ab hau ab tot sagt sich so die MP ist halt Zornana Punkte aber beim wenn ihr und bei den allen anderen Klassen bis auf ein Mensch ist das halt so was pro Schlag erhöhen wir unsere Manna Tink da so wie ihr da unten seht hat hat und bei der Bumblebee ist es halt auch einfach auszuweichen da man schon förmlich sieht man eine Anzahl so so 6 EP ist auch was schönes ne könnten wir uns ein EP-Eis kaufen und ich würde auch sagen das war es erstmal auch für die erste Folge ich hoffe sie hat euch wirklich Spaß gemacht und wünsche euch noch einen schönen Tag euer CQ6